und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren folge jubo das let's play wir spielen die b129 und ich bin der midway von den junkie monkeys ja wir haben in der letzten folge quasi so konvei geheims haben uns komplett leer geschossen wir haben gar nichts mehr an deck geschützt positionen torpedos haben meines wissens nach auch nicht mehr wir gucken gleich noch mal durch und wir haben eigentlich nur flacken positionen wir sind jetzt quasi auf dem weg ich zeige ich das mal kurz zu dem treffpunkt ds 55 ds 5 ds 55 hier so da sollen wir hinkommen weil da erwartet uns dann ein weiterer kontakt und dann werden wir mal gucken ob wir mit dem mit der milchkuh kontakt aufnehmen können das wäre das erste mal der hinsicht ich habe mit der leider nichts zu tun gehabt deswegen freue ich mich da tierisch drauf und wir sind da jetzt so quasi auf dem weg hin wir werden es aber erst mal ein bisschen durchs boot wir haben nämlich noch einiges zu tun muss man ganz ehrlich sagen melde mich zum dienst so unser karläu spielt hier gerade noch ganz glücklich karten aber wir müssen jetzt hier mal durchgehen weil mich würde jetzt mal interessieren wie ist der stadt der dinge ok torpedos haben wir gar nicht mehr wir sind komplett leer geschossen alles weg so weit sieht es eigentlich ganz gut aus lens punkte könnten wir einschalten und das bisschen wasser noch aus dem boot raus zu kriegen hier und ihr seht hier ist eigentlich ganz ruhig an bord und dann werden wir nochmal die kompüse reingucken und ins lager wegen der deckelstütz munition sechs stücke für abwechslung so hallo lass mich mal durch hier ja unser treibstoff geht auch langsam zur neige also es wird langsam zeit dass wir wirklich diese milchkuh auffänden hinten haben wir noch ein torpedos drin habe ich gerade gesehen also passt das eigentlich nur so weit ganz gut so dann würde ich mal sagen wir beschleunigen die ganze geschichte und sehen mal zu dass wir da jetzt mal schnellstmöglich hinkommen zu unserer milchkuh so schornstein rauch den werden wir gleich mal melden und werden dann weiterfahren und ich sehe gerade das wird schon der zeit bin schichtwechsel dann werden wir baut jetzt mal in die ruhepause schicken mit welch schicken war an die beobachtung der schon auf dem weg und leutnant werner auch und duftige geht mal wieder an die diesel motoren wir haben noch 6700 kilometer treibstoffe sind aber auch quasi fast am ziel ne also ist schon okay sollten vielleicht auf kleine fahrt umschwenken wir sind dann zwar ein bisschen langsamer aber falls wir jetzt diese milchkuh nicht treffen sollten dass wir zumindest mal irgendwo hinkommen weil ich weiß es gar nicht hier sind zwar häfen aber warte mal gucken wir nehmen wir uns zack auf normale fahrt was steht denn da äh nur dreiter hafen handelshafen an der trete vermutet das geheimdienste beider seiten hier ansässig über die wahre legstöte kubi okay ok er zeigt mir nur an was der produkte transportiert wird aber nicht ob ich da vielleicht auch aufladen kann müsste man vielleicht mal herausfinden weil es ja schließlich ein neutraler hafen also würde vielleicht nicht schaden wenn wir uns da mal schlau machen was da jetzt so los ist so das steht auch schon wieder der schichtwechsel an so ein bisschen schneller treibstoff 32 prozent könnten wir schaffen einmal auto safe muss sein das ist schon wieder los das ist wieder heiden durcheinander hier du sollst doch in die ruhepause und du sollst doch daran so und dann schicken wir werner an die dieselmotoren um kraftstoff zu sparen so und dann sind wir auch gleich da noch 1200 kilometer und braun hoffentlich ist diese milchkuh ist auch wirklich da und haben wir hier bei dem problem das haben wir nämlich das problem dass wir hier quasi ich weiß nicht nur besser und zurückschaffen bin ich ganz ehrlich das weiß ich nicht mehr kraftstoff wird schon niedrig aber wir sind gleich da okay unsere forschung ist auch abgeschlossen und jetzt würde ich sagen verschicken wir mal gleichen funktelegramm aber erstmal gucken wir jetzt im forschungsbereich was da los ist so forschung abgeschlossen so okay das ist jetzt was haben wir vorerst den schnarchen ganz wichtig wenn wir weiter forschen und zwar okay hier ist die milchkuh in den planquadraten ds5 das ist gut zu wissen da wollen wir auch gleich hin so wir werden jetzt immer die verbesserten toiletten gleich forschen das wäre vielleicht best sinnvoll weil wir haben sowieso nur ingenieur hier so zack und auf geht's okay dann machst du jetzt weiter so erforschen warte mal vielleicht sollten wir auch direkt in den planquadraten ds5 sein bevor wir jetzt irgendwelche funkkontakt aufnehmen wir sind in ds5 also werden wir jetzt mal wir werden jetzt mal kontakt aufnehmen so okay nachschub möglich mit 405 treffpunkt bei den koordinaten also die milchkuh wird bei diesen koordinaten ein tag auf sie warten koordinaten auf der karte hinzugefügt okay jetzt mal aus dem aufschreiben ich glaube das brauchen wir also 21 57 n 31 25 so die milchkuh wird bei diesen koordinaten ein tag auf sie warten koordinaten auf der karte hinzugefügt bestätigen okay dann werden wir jetzt mal gucken wo wir die hier finden da ist sie so ach du kacke das sind 186 kilometer das schaffen wir gar nicht wir werden ak fahren wir holen jetzt alles raus durch diese dieselmotoren und dann gehen wir jetzt kette in die richtung und sehen zu dass wir hinkommen ok kleine fahrt ok klicken mit verbündeten zu treffen ist jetzt nicht sehr aufregend gerade bis jetzt ich dachte wir sehen die vielleicht wir stoppen bei den maschinen aber es ist nichts zu sehen ok dann klicken wir mit verbündeten treffen ok neues funktelegramm neuer kontakt nachschub möglich sich kontakt entdeckt koordinaten ok wo sind sie da sind sie da ist die milchkuh da ist die milchkuh da ist die milchkuh das ist ein ganz schönes dickes ding ne da machen wir ein foto von richtig schön so dann werden wir jetzt mal fahrt aufnehmen und da mal hintiger so und kleine fahrt sie viel kraftstoff haben wir noch für die wegstrecke die schaffen war so ok dann werden wir jetzt auch nur so langsam aber sicher alles besetzen um sicher zu gehen dass wir hier nicht aus der luft angegriffen werden das sollte eigentlich funktionieren so alle mann auf posten schwarz an der flag baut hier im deck geschützt mit wer im ausguck radio schalten wir jetzt mal aus und dann mal schauen was uns da jetzt gleich erwartet ok u 491 das ist das boot die milchkuh wir müssten jetzt ja quasi schon in der nähe sein wir sind aber noch zu weit entfernt fahr mal ein bisschen weiter ran halbe fahrt und stopp so fahren wir mal genau daneben neben die milchkuh die krise die kurve nicht so alle maschinen stopp oh 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 wir stehen was für ein bild der mauer festhalten jetzt hier sehr schön das halten wir jetzt mal fest so luftraum überwachen scheint okay zu sein dann werden wir doch jetzt mal verbinden ok die milchkuhl es ist ein verbindesversorgung schrift das von der u-boot besatzung oft als milchkuhl bezeichnet wird wir können unsere sehleute entsenden um mit der besatzung zu kommunizieren um nachschub zu erhalten die legation senden charakter auswählen also auf jeden fall unser k9 dann nico geht mit rüber und duftige geht auch mit rüber dann nehmen wir noch mal mit rosen mit und fortsetzen so jetzt fahren wir da rüber mal gucken was uns da jetzt erwartet so der kommandante versorgung schrift begrüßt sie und ihre delegation herzlich an bord von 499 er stellt sich als kapitän leutnant gustav meyer vor lebt sie und ihre mannschaft ein das frisch gebackene brot auf ihrem brot zu ok wir haben jetzt hier einige möglichkeiten wir können zum beispiel schon mal die überlebenden die wir über übergeben da sind wir die schon mal los das schon mal gut das ist schon mal sehr gut und dann fragen wir mal nach der einsatzgeschichte kapitel leuten gustav meyer macht ein schweres und erzählt das ist für sie bereits ein harter einsatz weil sie haben bereits zwei andere bote versorgt beim zweiten versuch wurden sie vom flugzeug angegriffen und dabei starben zwei seiner männer erklärt dass sie noch junge männer waren gute seeleute und doch bessere menschen das hält er inne und wird plötzlich sehr traurig ok wir bedauern den verlust auf jeden fall das ist hart so und dann sehen wir uns jetzt mal die ladung an so und dann können wir jetzt hier quasi auf rüsten das gefällt mir leute das gefällt mir das gefällt mir richtig aber ich würde sagen wir gucken uns das ganz genau in der nächsten folge meine freunde ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja lasst mir einen daumen nach oben da abonniert den kanal aktiviert die glocke erzählt mir mal von euren meinungen in den kommentaren mit der seku würde mich sehr interessieren ich verabschiede mich von euch wünsche euch noch einen schönen tag und sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal